Einige von euch wollten wissen, warum man ein Escape vom Tag auf den SKS-Karabiner so komisch nachlädt. Das bedeutet, warum der Schütze immer erst die Kammer öffnet, bevor ein Magazin wechseln kann. Das hängt damit zusammen, dass der SKS-Karabiner ursprünglich mal für ein internes 10-Schuss-Magazin designt war. Jedes 10-Schuss-Magazin hatte auch ein Sicherheitsfeature und zwar konnte man einen Knopf drücken, worauf sich das internes 10-Schuss-Magazin öffnete nach unten und alle Patronen entfielen. Alle Patronen bis auf die Patronen in der Kammer und die Patronen in der Kammer ist ja die gefährlichste. Um dieses Problem zu umgehen, hatte Simonov, der Designer der Waffe, eine geniale Lösung parat. Und zwar hatte einfach den Knopf zum Öffnen des Magazins so lange gesperrt, solange die Kammer in der vordersten Position verblieb. Das bedeutet, wenn ein Schütze Sicherheit herstellen wollte, musste er erst die Kammer nach hinten ziehen und konnte dann erst das Magazin entleeren und die Waffe war danach komplett sicher. Bis heute wirkt sich das immer noch so aus, dass man auch bei Wechselmagazinen immer erst die Kammer nach hinten ziehen muss, bevor man das Magazin wechseln kann.